Fünf Tage, fünf Wochen. Du entscheidest selber. Fünf Tage, fünf Wochen. Zeitkarte, Karte drei. Wieder Energie. Setze Pioniergeist ein. Eine Woche, eine Monat. Noch einmal. Setze Pioniergeist ein. Je nach deiner Frage. Eine Woche, eine Monat geschieht etwas. Zwischen dieser Zeitrande passiert etwas. Wieder Energie. Wieder. So, meine Lieben. Am Schluss angekommen. Heute habe ich viel Widers gedreht, aber ich mache wirklich gerne für euch Schatzalines und Schatzalinos da draussen. So schön. Diese Energie ist pure Energie. So schön. So. In Liebe, Kometalus. Bye, bye. So. So. So.